Hey, ganz schön laut hier. Schöne Grüße von der NATO Airbase in Gallenkirchen. Wir stehen hier kurz vor dem Flugfeld, denn heute mache ich was ganz Besonderes. Ich darf heute mit dieser Maschine fliegen. Wir reden alle nur auf Englisch, es gibt nur Codes, es gibt nur Zahlen. Abflug, habe ich schon verstanden, ist 9.30 Uhr Zulu. Ich habe keine Ahnung, was 9.30 Uhr Zulu ist. Da ist das Ding. Damit fliegen wir jetzt rum. Es geht los, alle Briefings sind fertig, es ist unglaublich laut. Die Eingangstüren. Keine freundliche Stuart, die wartet, aber auch die Kollegen sind hier alle ganz nett. Kurzer Blick in das Cockpit, ganz spannend. Darf man normalerweise da nicht reingucken, aber pssst, ist mein Sitzplatz. Sieht ganz bequem aus, ne? Wir müssen natürlich auch verpflegt werden. Deshalb gibt es hier tatsächlich auch ein Mittagessen an Bord. Ham, Cheese sind Sandwiches, glaube ich. Ich bin sehr gespannt. Wir haben auf jeden Fall italienische Piloten. Ich baue da immer noch Spaghetti Napoli. Wir werden das sehen. Ja, und zack, wir sind da oben und dann machen wir den Flug. Wir sind jetzt gute 5-6 Minuten in der Luft gewesen und sind jetzt schon wieder am Landeabflug. Wir werden jetzt einmal durchstarten. Das bedeutet, wir sind im Landeabflug. Landen dann allerdings, ich glaube, da landebar. Sondern, das sieht ein Tutan. Und jetzt passiert wirklich was richtig Spannendes. Ich schwecke euch mal nach vorne, vielleicht könnt ihr es sehen. Falls ihr es nicht genau erkennen könnt, direkt vor uns, da fliegt ein anderes Flugzeug. Das ist ein Tankflugzeug, denn wir werden diese Maschine hier in der Luft betanken. Wir werden das natürlich auch sicherlich in der Boden machen können, aber das ist uns dann doch irgendwie nicht spektakulär genug. Wir machen das in der Luft. Und das ist schon ein tolles und aufregendes Manöver. Totale Anspannung hier im Kopf. Das wird ein bisschen leiser sein. Die beiden Flugzeuge fliegen dann hintereinander her und dann wird wirklich so eine Zapfsäule, so ein Schlauch, rausgeschleudert. Der wird dann hier aufgesammelt und dann fliegt das Tier mit der Treibstoff. Und das ist schon wirklich eine spannende Sache, weil eigentlich haben Flugzeuge ja doch immer einen relativ großen Abstand gelaufen. Auch in der Höhe und mit den Geschwindigkeiten. Zack, da sind wir auch schon wieder. So schnell sind sechs oder sieben Stunden um, die wir jetzt in der Luft fahren. Wir sind wieder gelandet. Wir haben alles überstanden. Wir haben viel gemacht heute. Das Wichtigste, das ist der Beweis, das ist die Spucktüte. Leer, vor allem ungebraucht und noch gefaltet. Also im Originalzustand. Besser kann es nicht laufen. Das ist der Bus, der uns nach Hause bringt. Und jetzt sind wir auch ganz schön kaputt. Ich leg mich immer in die Sitze. Bis dann.